Da hier links? Marble, ja. Ach, das ist so ne Parkplatzschlampen, was? Ach du Scheiße, hier ist noch ne Gruppe! Vorsicht! Du hast noch ne Gruppe gefunden? Ja! Geht da nicht so weit hin! Oh, Leo, ich saß noch! Ja, da ist keine Richtungsangabe, Freund der Sonne! Ja, Südwärtslich 200 Meter! Südwärtslich! Du willst es doch immer haben! Nein, aber einfach die ganze... Ja, was weiß ich! Prost! Südwärtslich, Alter! Wieso, sind doch alle tot! Außer, außer wir! Ich glaube, im Reelove kannst du nichts heben angeschossen! Ich muss hier meine Drops einsammeln! Ja, such mal Drops! Du hast gelutzt, Alter! Ja! Also hier braucht du nicht allzu viel einsammeln! Das ist, äh, Stufe 3 bis 5, ne? Ja! Hier soll ein Telefon sein! Da hinten ist das Telefon! Da hinten ist wieder ne gute Sache! Uff! Ja, dann müssen wir nachkonduklein und das sagt Junge! Ach, guck mal, hier ist ein Telefon! Oh, was ein Penner, ey! Was war da hinten? Warte, ich muss da auch hin! Was war da hinten? Agent, hier ist Dr. Cannon! Ich wollte noch mal betonen, wie wichtig es ist, alles, die die Menschen zu beschützen, in denen sie begegnen! Ist das eine Gewaltestudier, oder? Also, ich seh da immer noch das grüne Loot! Mal gucken, ob wir die Level schieben! Versteht! Nein, wo? Weil... Die tue sie quatscht! Das sind normale Gegner, Level 7! Die sind jetzt 7! Ja! Jetzt geht das! Ja, warte ich noch nicht, David! Noch nicht schießen! Noch nicht schießen! Ja, warte! Nee, die sind... Die lassen es weiter hinten! In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo! Das waren nicht wir! Das waren Combo 1! Die werfen Granatenzeugen! Wie rennt er denn? What the fuck? Warum renne ich denn? Alter! Alter! Da kommt doch nur eine ganze Masse! Geht auf die Nahkämpfer! Ja! Selbst wenn sie nur Level 7 sind, machen sie unheimlich Damage! Es ist auf die Fässer die da woblehen! Da, Kämpfer! Ja, ist mir zu einfach, dass man was Höheres steht. Oh, oh, jetzt kommen schwerere Gegner. Oh, Leo, die Liebster? Äh, da, da... Das sind sogar mehr, also. Lass mal ein Stück zurückziehen. Ich glaube, wir müssen uns wieder einen Stück zurückziehen. Oh, wie geht die Milizierung aus? Okay. Okay. Ich brauche, ich brauche Munition, ey. Ja, bei mir. Ist auch schon entgefasst. Ich glaube, wir haben es. Die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten. Wohin würden Sie gehen? Hier hinten ist Munitionskiste. Einmal zum Bier kommen. Ja. Ja. Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. Hier ist ein Haufen Grünes rum, ey. Ja. Oh. 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 Ist doch einfach eine Kiste? Mhm. Oh. Oh, nice. Sehr schön, dann kannst du ja gleich weitergehen. Das ist doch ein bisschen. Ich baue ich hier noch etwas drum, was ich brauche? Gut. Oh. Oh. Warte mal, einer ist noch hinten. Oh. Hier sind Sprengpfeilen, ne? Aufpassen. Oh ja. Rechts ist immer noch eine. Aber die nehmen wir nicht. Wir können auch hier durchgehen. Ja, wir können kurz warten bis das Feuer rum ist. Und die läuft jetzt da noch. Ne, die sind nicht gut, nur gucken. Wer bleibt jetzt stehen? Weil der hat Feuer eben. Rano, Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich geh wieder an die Arbeit. Kärndl ist Ende. Da hinten sind Gegner. Ja. Geradeaus zu. Okay, sagt, wenn ihr bereit seid. Check. Ja. Okay. Und Feuer. Eine Kanate bei mir. Ich hab nochmal einen Scan rausgehauen. Oh, hier sind ein paar Dings gerade. Oh, hier auch. War ja klar. Was läufst denn du da rein? Ich bin... Denkst du es war mit Absicht gerade? Ja. Fuck you. Ja, aber das kann ich hier weiß noch nicht. Jojo. Ich geh mal so anrufen. Du weißt doch, die bestimmt entscharfen. Ja. Ich geh mal so anrufen. Ja, direkt vor uns. Da. Ich bin mir zuerst. Ich bin mir zuerst. Und sie sind mit dem Verein zuerst. Komm, ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Wo müsste da noch einer sein, glaube ich? Ah, hier hinten in dem Zelt ist noch Dörre was drinnen, hier ne Kiste, eigentlich, ne? Ja. Oh! Geil! Ich muss noch kurz Magie überfüllen. Bei mir wird's nicht angezeigt. Oh, Wahnsinn, was ist das denn für ein Scheiß? Grün! Oh, richtig schön viel Waffen eingesammelt, das gibt gut Geld nachher. Oh, M249. Ich werde einfach mal ausrüsten, mal gucken. Das ist eine Sturmgewehr. Ja! Oh, viele Waffenbots hab ich ja nicht gefunden, wir müssen nicht sagen. Ja, warte mal, die gucken da noch. Kann ich auch mal gucken, was ich habe. Besseres dabei habe, aber ich glaube nicht. Keines LMG. Ja, hab ich auch. Das M200 bla bla, ne? Naja, M250 oder irgendwie so, keine Ahnung. Da hinten sind Pfeile. Oh, nur 30 Schuss. Boah, das hat richtig Rückschlag. Da bleibe ich lieber bei meinem M4 oder so. Wieso? Hat weniger Rückschlag, kann ich ein bisschen präziser mitarbeiten. Das ist ja auch nur zum Festnageln, ne? Oh, Zombies. Ach, das ist ein Hammer. Nee, die sollen wir nicht töten, nicht töten, nicht töten. Sind das echt Zombies? Nein. Das sind die Infizierten. Die sollen aber so ausfallen. Ich klinge. Ich klinge. Ich klinge. Werviewt, ist willkommen. Bistetigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zeltstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen die Aufhalten. Wir haben da hinten mindestens drei Bosse und einen Arsch voll Gegner. Ja, wir looten hier noch. Gar kein Problem, ich habe sie noch nicht geprült. Hier ist nochmal eine Munitionskiste, das ist ganz gut. Pass auf, die sind direkt hier vorne. Einer muss auf jeden Fall links und einer muss auch rechts irgendwo in Stellung gehen. Links? Pass auf, die automatischen Waffen auf. Die Boss können nämlich nachher so eine Dinger da planen. Also alle die mit so einem purpuhenden Werkzeugschlüssel. Okay. Okay, ich bin bereit. Wir haben aber eine Schrotflinte. Okay. Ab geht er. Jo. 3, 2, 1, los. So, der eine explodiert gleich. Gut. Ich bin bereit. Die direkt vorne sind blind, gerade waren blind. Ich bin bereit. Vorsicht, wir stehen unter Trauerbeschuss von diesen automatischen Waffen. Okay, eine habe ich. Okay, ein Blauer ist down. Weiter Blauer ist down. Ich gehe gerade nach. Da kommt noch was, meint ihr. Haha, Leute. Okay. Ich gehe gerade hin. Da kommt, wenn ich ihn schrape. Okay. Hold das. Da kommt in. Okay. Is that enough? Good job! Okay, einsammeln. Mir liegt hier so gut wie nichts. Wo ich so viel getötet hab. Okay. Ja, einsammeln wie ein Beklopper. Ah, das wird ja aufgeteilt auf alle, ne? Bleibt da oben noch was, ne? Mhm. 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 Okay. 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 Wieso liegt denn da unten ne Munitionskiste hinter der Wand? Mhm. Wo auffüllen? Wachst du schon wieder welche? Ich seh von hier aus. Was liegt denn die da unten? Ui, da unten ist wieder was. Ja. Warte, ich eröffne mit der Granate. Warte, warte, wir können uns doch noch ein bisschen verteilen. Ich geh hier links außen komplett hin. Ja, die Treppe können sie nämlich auch hochkommen. Ja. Vorsicht, ich herf die Granate jetzt. Feuer öffnen. Oh. Oh. Granate. Kommt wieder ein Granatenwerfer zu euch nach vorne. Zwei. Warte, den ein krieg ich. Ne, der ist weg. Ah. Weg. Von rechts kommen noch Nahkämpfer. Aufpassen, wenn ihr runter geht. Oh, da kommt rechts noch einiges. Ja. Was für das Nahkämpfer? Irgendwo steht hier so ein blöder Flammenwerfer hier. Ja. Direkt vor euch. Der Flak ging gerade rum. Der explodiert gleich. Ja. Achtung, der erste Nahkampftyp ist da. Okay, Agent. Eine Einsatzgruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also, etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ohne die Proben zu kontaminieren. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Was ist das? Oh. Oh scheiße. Oh. Oh. Oh scheiße. Ich will umrennen uns gleich recht. Oh, jetzt muss sie weg. Ich werfe ne Granate rein. Ja. Ich hab was abgekriegt. Ich glaub Diablo kommt schon zu dir. Wobei dann nicht gut okay. Ja. zurücklaufen Geil, voll Pitzmus hier, Alter. Alter, wie ich die nicht totkriege! Wo brenn ich denn? Ja! Vorsicht, ihr hättet hier ne Grenade, Bounty? Ja! Ne, gibt's die Klasse wechseln? Ja, konzentriert euch darauf, dass ihr den Endzeit gleich mal heilt. Danke! Alter, wie kraft mich denn hier? Ja, so ne scheiß Maschinenkanone denn! Ja, so ne automatische, die hat sie gut hingestellt. Warte auf die Kanone! Ja, warte! Ja, die kommen mich gerade schon da ab, wenn man will. Wie kümmere ich mich da von links? Ja, die kommen mich gerade schon da ab, wenn man will. Wie kümmere ich mich da von links? Ja, die sind da los. Ja! 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 Ich hab keine Mutation mehr. Und... Oh, da hinten. da kommen blaue jetzt ich komme mir ganz gut aus hier ist Dr.Candle, Probenteam, hören Sie mich? Hier, Patel, wir hören Sie, Doktor Ah, Lieutenant, gut Hören Sie, ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 2 Dann beschriften und sammeln Sie die Probe Entschuldigung, Doktor Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe Lieutenant, funken Sie Dr.Candle an, sobald das Gebiet sicher ist Ja, Ma'am, keine Sorge, Doktor Wir kriegen das schon hin Hoffentlich bald Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit Alter, die alte, die ist mir unsympathisch Mir war sie schon unsympathisch, als ich sie hier befreit habe Hast du keinen Druck, oder was? Jo, bin da Hey, B Oh, da hinten ist ne Kiste Oh, hier ist ne Kiste Ja, wenn er da jetzt hochgeht, ja, da wird's richtig eng Ich muss gleich erstmal ein paar Sachen zerlegen Ich hab keinen Platz mehr in meinen Inventra Munitionskiste ist ja... Wo wollt ihr denn jetzt, so? So viel hab ich noch gar nicht eingesammelt Oder ihr habt noch die kleinen Rucksäcke, das kann auch sein Ich hab einen 35er Ich brauche einen 35er, aber meiner ist auch übrigens voll Warte mal, hier an der Seite müssen wir glaub ich lang Ja, warte doch mal Ich muss noch ein paar Sachen zerlegen hier Ja, weil ich letztens, wo ich da hochgegangen bin Ja, da waren die ganzen Scharfschützeln und sowas drauf Hoch genug ey Ja, ich weiß, das ist jede Menge, aber du hast da keine Deckung, das ist das Problem Kommt alle ein hier rein Hast du gemacht? Nö Ja, warte, ihr könnt ihr eben erklären Da sind auch Snipers dabei und sowas Letztes Mal zigmal ich stormig, die alle erledigt hatte Oh Gott Wie kann man sie eigentlich hinlegen? Gar nicht Voll Ihr kennt die aktuelle Lage Für diese Leute ist es zu spät, sie sind tot Jeder einzelne von ihnen Aber es ist noch nicht zu spät für uns Und wenn wir das nötige tun, dann können wir auch nicht für den Rest sagen Ja, ja, die werfen, die werfen gleich Granaten, die auch schlechter Kommt wir nur da vorne lang? Oh, hier los, Krieg oder was? Nur noch ein bisschen Oh, da kommt was Oh, ein bisschen was Ich mach mal ein Scan für euch Ich geh auch nach oben Weil von dauer Von hier oben habe ich es selbst immer besser geschafft Und hier liegt noch ein Medic jetzt hinten, oder? Ja, ich versuch's Was war? Ja, ich versuch's Hier kommen die von hinten, Leute Wenn die hochkommt, dann können sie nicht von hinten Da unten Ja, doch, ich weiß, was er meint Au, fuck Diablo, aufpassen Was denn? Die kommen von der Treppe Ja, einer muss doch mal die Treppe im Traum behalten, ne? Na klar Der hinter uns ist ein Gelber, ne? Ja, ja Ich schick Bounty ihm ein Heel Ja, kriegt er hier in die Luft Ich hab dir auch ein Heel geschickt Vorsicht Was? Ist er immer noch? Meine Güte Oh, ey Der kann doch nicht aufhören mit seinem Feuer, ne? Ich komm zu Ihnen nach hinten zu euch da wieder Bei so viel Feuerkraft So, Diablo, drück mal Du musst doch stehen bleiben Hm Der nächste große Kopf Wenn ihr das nächste Mal euer Gruppenheal nutzt Dann sagt Bescheid Da können wir uns alle zusammen hinstellen Pounty, komm mal zu mir Was? Pounty Zu mir Jetzt Okay Jo Danke Können wir ein bisschen koordinieren, weißt du damit? Ja, ich versteh dich, wenn ich schieß, versteh ich schieß denn Ja, alles gut Du hast es hier verschaffen Oh, zieht er hier Na denn Du hast du den Schwule automatisch daqui Geh CIUT Geh Alter, wie oft musst denn du nachladen, du? Der hat wieder neue automatische Waffe gebaut, oder? Ja, er baut immer wieder. Unten steht wieder einer. Alter, fuck you! Uuuuhh! Uuuuhh! Ha! Und dann ist der Bastard! Ich geh ihn von der Seite an. Er ist schon down. Du bist down? Er ist down. Ach so. Ach gut, da ist aber rechts noch einer, ich weiß nicht warum Leo den nicht gesehen hat, aber... So, jetzt ist er weg. Also hier sind noch drei Bedrohungen. Irgendwo. Keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo. Können wir erstmal zurückgehen und Munition sammeln? Ja, können wir machen. Ja. Ich renne noch nicht vor. Mach gleich. Boom! Ja. Oh oh. Boom! Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also Probenteam. Wie ich schon sagte, die Proben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Das war's schon. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Danke. Danke. Das war's schon, Kai. Das war's schon, Kai. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal.